Also aufgebläht, weil du hast es auf jeden Fall geschafft, muss man sagen. Aufgebläht, ja. Aufgebläht, Digga. Jassin, darf ich mich auf dich draufsetzen, Brunner? Ja, natürlich, selbstverständlich. Einfach so? Minister, erlaubst du es? Was denn? Dass ich mich auf ihn draufsetzen darf? Tut aber weh, Achtung. Ich weiß, du hast schon Erfahrung dabei. Ey, Jassin, hast du Minister eigentlich schon mal von unserer Beziehung erzählt? Damals? Mit der Kamerabeziehung und alles, was wir gemacht haben? Ja, 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 mit Krawall zusammen. Achso, hallo, wie lange ist das her? Ja, immer diese Sex-Sessions da im Discord und so. Ey, lass mal ein Todesurteil nehmen, Sortie Springs. Todesurteil? Warum? Das ist doch nicht schlimm, oder? Ja, wirst du jetzt sehen. Rico weiß, was ich meine. Echt? Sortie Springs, Tilted Paradise Palace und Rusty sind momentan die häufig besuchten Orte. Hab' ich was vergessen? Unschiff, sieben. Retail, retail. Ja, retail meinte ich, Entschuldigung, ich warst nicht. Oh, oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Na ja, das ist das dritte, das ist das dritte Tilted Tower. Was ist hier passiert? In so einem kleinen Ding? Okay. Ich geh, sie ist raus, da ist die Mann. Wer ist denn bei mir schon wieder gelandet? Das kann mir dann nur Rico sein. Ich hab extra sogar markiert, dass ich da lande. Ich auch. Ich hab extra markiert, Alter, was soll die Scheiße hier, Mann? Krieg mich tot, ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Der kleine Hurensohn, der hat gleich schon eine Skar, Digga. Ich kann das alles nicht mehr. Egal, wir können dich hier direkt wiederholen. Ich will das alles nicht mehr. Rico, du gehst da jetzt rein, der ist so, wir haben nix was. Hier ist ein Bursch. Oh, Rico, hält schon, hält schon, Rico. Ja, und ich hab nicht mal ne Waffe, also ich kann nix machen. Hinter dir war noch jemand, Rico. Arsloch, ne. Ne. Der ist so white, der ist whiter als meine Wichse. Kommt noch einer. Digga. Hast du, äh, hast du schon Dings drin? Was denn? Ah, du hast schon ein One-System drin, okay. Ja, das ist automatisch drin, das kann man aber auskommitieren. Äh, nee, nee. Ich weiß nicht, ob... Aber ich weiß jetzt nicht, ob das da mit Bugs oder so gibt. Weil ich hab's nicht. Von mir aus kannst du auch auskommitieren. Der meint zu mir, One kann man einfach auskommitieren. Äh, im Define, dann ist es weg. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich brauch One nicht, also One wolltest ich eh rausmachen. Nein, lass One drin, das ist voll geil. Hä? Leise, 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 ihr seid ein bisschen laut. Hier ist Gegner, hier ist Gegner. Habt ihr seine Karte? Mit One kannst du voll ein gutes Item-Shop uns so machen. Ja, trotzdem, hier ist trotzdem ein Gegner im Haus. Hier, 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 bei mir! Alter, fuck, Alter, ich hör aber auch nix. Ich hab mir keinen Bock mehr. Und sie sagt zu uns, wir sind laut, aber schreit selber auf. Oh, hinter uns, hinter uns, Jank. Die kommen, die kommen. Jank, folg mir nicht, folg mir nicht, folg mir nicht, die ganze Zeit. Todesurteil. Der ist unten, der unten, der unten. Ich hab ihn. Burensohn. Sehr gut, sehr gut, Jank, sehr, sehr, sehr gut. Weiter? Das war aber ein Bot-Jank, also mach wenigstens draus. Naja, alles gut. Ich geb mir Daumen, dich zu holen, scheiß mal auf den Bot. Was ist mit mir? Hilfe, was passiert hier? Ah, Buh. Oh Gott, ey. hallo schreib doch mal nicht zu ich hab nicht geschrieben ich hab ganz normal gesagt zu und zu ski an der wachsen ich habe keine zeit na ja ne ich denke ich habe auch noch ein das ist doch ein das ist doch ein abu ein Mmh! Hey!